AGM, Lithium oder Gel, was ist die richtige Wahl für euer Wohnmobil bzw. welcher Akku hat heute noch im 21. Jahrhundert eine Daseinsberechtigung? Alle oder vielleicht nur noch einer? Dem möchte ich mit euch mal auf den Grund gehen. Hallo und herzlich willkommen bei Mika Karawan in Dingesbühl. Ich bin der Michael und heute habe ich ein neues Thema, was ich immer wieder gefragt werde und worum es auch in meinen Beratungen und in meinen Empfehlungen letztlich immer geht. Lithium, AGM oder Gel? Warum Lithium oder doch lieber AGM lassen oder Gel? Das sind die Fragen, wo viele von euch beschäftigen. Augenscheinlich Lithium sehr teuer, augenscheinlich. Warum nicht sehr teuer, erkläre ich euch. Und ich glaube, da ist ein Thema, wo viel Potenzial hat, wo man einfach mal drüber sprechen kann. Also, ich finde, wir sollten gleich mal loslegen und die ganze Thematik aufrollen. Hier seht ihr unzählige von Akkus, Batterien in Form von Gel, AGM, alles Fahrzeugakkus, Aufbauakkus, hier von einem Liner herausgebaut, große Gelakkus. Warum häufen die sich hier an, warum tauschen die Kunden die so extrem aus, beziehungsweise vielleicht ist es ja auch nötig, die ganzen Akkus auszutauschen. Und dazu möchte ich euch mal ein paar Teile oder Segmente zeigen oder sagen, was ich davon halte. Ich sitze hier immer gern an meiner Wand, um so ein bisschen demonstrativ zu zeigen, worum es eigentlich geht. Welchen Akkutyp sollte man im Wohnmobil verbauen, kommt meiner Meinung nach natürlich ganz auf euer Campingverhalten an. Es gibt nach wie vor Fahrzeuge oder Campingverhaltensweisen, wo ein AGM-Akku natürlich noch seine Berechtigung hat. Ist nicht ganz einfach vom Handling her, aber man kann es machen. Und ich habe auch noch Kunden, die tatsächlich mit einem AGM-Akku draußen rumfahren, wo der Akku schon sieben, acht Jahre alt ist und er ohne Probleme immer noch funktioniert. Gehen wir mal ganz kurz auf die ganzen Spezifikationen ein. Bitte vergleicht jetzt nicht eins zu eins von verschiedenen Herstellern. Das sind grobe Spezifikationen von den einzelnen Akkutypen, die plus minus variieren können. Wenn wir mal bei AGM anfangen. AGM ist ein toller Akku, gegründet, beziehungsweise für Wohnmobile gut geeignet. Früher noch viel mehr wie heute, weil früher hat man in so einem Wohnmobil eigentlich nur 12-Volt-Anlage gehabt, ein paar Lämpchen gehabt. Und das war's. 12-Volt-Steckdose vielleicht noch und ein Kühlschrank, der läuft aber, wenn er auf 12 Volt läuft, eh über die Lichtmaschine, sprich Starter-Batterie. Ansonsten funktioniert er mit Gas, Heizung waren Dieselheizungen, Quatsch, Gasheizungen. Auch die haben sehr wenig Stromverbrauch und ansonsten war's das. Mehr haben wir in unserem Wohnmobil nicht gehabt. Auch die Wünsche, was wir alles mit auf Reise nehmen, waren damals eher minimalistisch. Da war kein Thermomix dabei, da war kein Kaffee-Vollautomat dabei oder ein Toaster-Eierkocher und so weiter. Und geschweige denn von E-Bikes-Laden war alles nicht der Fall. So konnte so ein AGM-Akku natürlich gut genutzt werden. Spezifikation vor dem AGM-Akku. Bei 95 oder 100 Amperestunden, um es leichter zu rechnen, hat man ca. 50% von dem Akku wirklich zur Verfügung stehende Energie. Das heißt, bei 100 Amperestunden haben wir noch 50 Amperestunden, wo ich verbrauchen kann. Bis ich letztlich leer bin bzw. den Akku schädige. Gehe ich über die 50%, mache ich Zellenschaden und der Akku wird bei beiden nicht die Ladezyklen erfüllen, die er denn versprochen hat. Also, gehen wir kurz das Ganze durch. Ich darf ihn nur 50% nutzen. Ich sprich, habe ich 50 Amperestunden zur Verfügung. Was für ein paar Lämpchen und den Kleinbedarf, was ich habe, locker ausreicht. Wenn ich jetzt noch zusätzlich eine Solarplatte habe, wo immer so ein klein bisschen Strom wieder reinkommt, kann nichts mehr schief gehen. Er hält ungefähr, man spricht von ca. 300 bis 400 Ladezyklen, wo er aushält. Jetzt sagt er, oh Gott, das ist erdenklich wenig. Jein, nein, ist es nicht. Weil im herkömmlichen Sinne, wenn ich das Wohnmobil wie früher für meinen Urlaub und meinen Wochenendtrip nutze, schaffe ich es vielleicht, und da kürze ich schon wirklich, wirklich ganz viel dazu, schaffe ich es vielleicht, 20, 30 Ladezyklen im Jahr darauf zu produzieren. Weil früher ist man wohin gefahren? Man ist nicht wild gestanden, man war am Stellplatz, am Campingplatz, hat man sich wieder anstecken können. Und selbst wenn man wild gestanden war, war das überhaupt kein Problem. Man hat ja eh nicht viel Energie gebraucht. Somit, Ladezyklus ist ja immer einmal voll und wieder leer. Somit, bis man da mal 300 Ladezyklen voll hat, gehen etliche Jahre ins Land. Also das ist überhaupt keine Thematik. Also, 300, circa 300 Ladezyklen wird so ein Akku halten. Mit einer Kapazität von 50 Prozent. Einer Stromabgabe bis maximal circa 50 Ampere. AGM kann leider nicht mehr. Wenn wir mehr entnehmen, auch hier betreiben wir dann wieder Zellenschaden. Und Stromaufnahme ist ganz geschickt, weil den kann ich auch im Winter natürlich gut laden. Da hat die Zelle kein Problem damit. Aber natürlich auch nicht mit extrem viel Strom, weil das geht maximal so mit 25, 30 Ampere. Niente-Dice-Feierabend. Also, somit merkt man schon, wenn wir in die heutige Zeit gehen, im Zeitalter der Wechselrichter, der, sag ich jetzt mal, mehr steigenden, ich nenne es mal vorsichtig, ohne es böse zu meinen, Dekadenz im Campingbereich, mit Kaffeevollautomat und Thermomix und was nicht alles noch mit muss, E-Bike laden und so weiter, da wird es schon schwer. So ein Wechselrichter mit 1000 Watt zieht schon mal, wenn ich den Vollauslast aus einer 12 Volt Batterie auf der 12 Volt Seite mal ganz schnell 90 bis 100 Ampere. Das kann eine AGM-Batterie schon gar nicht mehr leisten, bräuchte ich schon zwei. Wenn wir über 1000 Watt gehen, da wird es schon ganz kritisch, wenn wir bei 2000 Watt sind, da haut es dann schon gar nicht mehr hin. Kurzzeitig ja, aber auf Dauer werde ich definitiv Zellen kaputt machen. Und das wäre schade, weil dann wird es natürlich umso teurer. Gel-Batterien sind da ein bisschen zäher, aber haben sich nie durchgesetzt, weil von der Anschaffung her sind die fast viel zu teuer. Eine AGM-Batterie kostet ungefähr 350 Euro mit 100 Amperestunden. Eine Gel-Batterie liegt ungefähr eine vernünftige bei 600 Euro bis 700 Euro pro 100 Amperestunden. Ich habe aber die gleiche Thematik, habe nur 50 Prozent der Kapazität zur Verfügung. Jetzt springen wir mal kurz zu Lithium. Ich habe 100 Amperestunden Lithium, habe aber auch 100 Prozent der Leistung zur Verfügung. Ich habe eine viel höhere Stromentnahme, die möglich ist und somit natürlich ganz andere Möglichkeiten in den Wohnmobilen, wo ich dann auch hohe Ströme entnehmen kann. Ein Wechselrichter ohne Probleme mit 2000 und 3000 Watt betreiben kann. Also ihr seht, es ist schon sehr abhängig davon, was ich heute mit meinem Fahrzeug anstelle, vom Grundsatz her. Es gibt aber leider Gottes Hersteller, die ich bis zum heutigen Tag nicht verstehe und heute hatte ich erst wieder so einen Kunden als Beratung da, ein schickes, nagelneues Fahrzeug vom Händler gekauft mit Ausstattung einer Dieselheizung, einem Kompressor-Kühlschrank und einer einzigen AGM-Batterie. Das ist natürlich eine Konstellation, die hat gar keine Berechtigung mehr und ich weiß auch gar nicht, warum sowas verkauft wird, weil das Fahrzeug kann gar nichts. Ein Kompressor-Kühlschrank braucht ungefähr 35 Amperestunden pro Tag. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Warmwasser mit Diesel dazu mache, eine Dieselheizung hat eine wesentlich höhere Stromaufnahme durch den Glühstift, wenn ich jetzt noch ein bisschen Warmwasser oder Heiz und Warmwasser dazu mache, ganz schnell bin ich da bei 50 Amperestunden pro Tag. Also ich stehe maximal einen Tag und dann ist die Batterie schon niente aus, ist schon vorbei. Da sage ich, ist es natürlich überhaupt nicht mehr machbar. Vom Grundsatz her ist es aber schon so, man sollte wirklich darauf achten, was will ich, was kann mein Fahrzeug. Habe ich so einen Wechselrichter verbaut oder so einen, das ist ganz egal, so wie ich Wechselrichter überhaupt in meinem Fahrzeug habe und dementsprechend Strom auf 230 Volt bringen möchte, finde ich eine AGM-Batterie überhaupt nicht mehr empfehlenswert, weil eine AGM-Batterie durch das, dass sie nur 50 Prozent zur Verfügung stellen kann, ich als Laie aber gar nicht feststellen kann, wann sind denn exakt diese 50 Prozent verbraucht, geschweige denn es kontrollieren kann. Nehmen wir mal an, wir gehen abends ins Bett. Mein Akku hat noch gut und gern 70 Prozent, in der Regel laut diesen Schätzeisen, wo über den Fahrzeugen da so verbaut sind. Und meine Heizung läuft, mein Kompressorkühlschrank läuft, ich gehe nachts an meinen Kühlschrank, weil ich nur zwei, dreimal Durst habe, mache den auf, mache den zu, kommt Wärme rein, der brodelt, es ist draußen kalt, die Heizung läuft und ruckzuck ziehe ich die 20 Prozent in der Nacht von dem AGM-Akku runter und ich bin schon unter den 50, wache morgens auf und ich habe den Akku schon geschädigt, weil ich ihn unter 50 Prozent gefahren habe, ohne dass ich es gemerkt habe. Weil da hat man gar keine Chance, da kommt man nicht drum rum. Bei Lithium kann das Ganze nicht passieren. Bei Lithium kann ich den Akku wirklich auf Null fahren. Ich habe die volle Kapazität zur Verfügung. Wenn da 155 steht, wie jetzt bei dem Akku, habe ich WCS, 155 Amperestunden, dann habe ich auch 155 Amperestunden zur Verfügung. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Und jetzt kann ich auch gedroht ins Bett gehen und schlafen, ohne dass irgendwas passiert, ohne dass ich mir Angst einflößen lassen muss. Denn der Akku hat natürlich, oder Lithium-Akku grundsätzlich, hat natürlich auch noch einen großen Vorteil, ein Battery-Management-System vorweggeschalten, wo die Zellen und den Akku schützen. Somit kann ich hier keine Fehler machen. Ich muss auf nichts aufpassen. Das ist der große Vorteil. Ich kann hier einfach brauchen, bis letztlich der Akku sich abschalten würde. Das wäre das Schlimmste, was passiert. Aber dann ist er auch nicht kaputt, sondern dann gehe ich auf die Steckdose und lade das Ding einfach wieder auf. Also, ihr seht schon, wohin meine Thematik geht. Und in der heutigen Zeit ist für mich persönlich ein Lithium-Akku eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Mit den Standardbatterien schwierig, Gewicht schwierig, Haltbarkeit schwierig und der Strom schwierig, weil ich natürlich gar nicht so viel Strom kriege, wie viele von euch brauchen, weil sie viele Sachen mitnehmen und viele Sachen betreiben wollen. So denke ich, ist ein Lithium-Akku doch die Besserung. Hier haben wir so ein Fahrzeug, nagelneu, auch von einer, ja, sage ich jetzt mal bekannten Marke, mit einem AGM-Akku. Hier sehen wir, hier ist ein AGM-Akku verbaut mit einer 95 Ampere-Stunden und wie soll es anders sein, einem Kompressor-Kühlschrank. Kann man machen. Ich bin genau dieser Meinung, dass das eben schief geht. Früher oder später wird es soweit sein. Der Kunde hat sich entschieden, den Akku erst defekt zu machen, bevor wir dann umrüsten. Wenn ich umrüste, was muss ich jetzt alles umrüsten bei einem AGM-Akku? Beziehungsweise bei der Umrüstung von AGM auf Lithium. Brauche ich andere Ladegeräte, Ladebooster? Jetzt komme ich hier wieder zu meiner Wand. Und ich persönlich sage, ja, man sollte die Ladestruktur des Lithium-Akkus dem Lithium-Akku anpassen. Hat verschiedene Gründe. Der Götz vom WCS hat es auch schon in mehreren Videos erwähnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch nicht ganz verständlich, dass verschiedene Leute oder verschiedene Firmen das nicht verstehen oder beziehungsweise anders handeln. Von der Logik her kann es gar nicht so richtig funktionieren. Erstens mal haben wir hier andere Kennlinien. Eine Lithium-Kennlinie ist nun mal eine ganz andere Kennlinie wie eine AGM-Kennlinie. Jetzt kann man wieder davon reden, es ist ja nur die Ladeschlussspannung wichtig. Kann sein. Es gibt aber Ladegeräte, wo man die Ladeschlussspannung nicht dementsprechend anpassen kann. Beziehungsweise nur für AGM oder Bleisäure da ist. Und eben nicht für Lithium, was eine ganz andere Ladeschlussspannung braucht. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, wenn wir Fahrzeuge haben, die aktuell nur Trennrelais verbaut haben, die brauchen zwingend einen Ladebooster. Ich hatte schon zig Fahrzeuge da, wo Trennrelais verbaut war, wo Lithium verbaut war und eine AGM-Batterie als Starterbatterie. Hat natürlich nicht funktioniert, weil beim Fahren die Lithium-Batterie nicht voll wird, sondern die Ladung dann eher umgekehrt funktioniert und die Lithium-Batterie leer macht. Logischerweise, weil das Spannungsverhältnis zwischen AGM und Lithium komplett anders ist. Kaum baut man einen Booster ein, schon funktioniert es. Über die Größe des Boosters kann man sich auch unterhalten. Nur für mich macht es halt wirklich keinen Sinn, wenn ich mir 200 oder 300 Amperestunden Lithium einbaue und habe dann so einen kleinen 25 Amperer Ladebooster von Shout oder von irgendeiner anderen Marke, dann kann sich jeder ausrechnen, wie viele Stunden und Stunden, dass ich fahren muss, dass mein Akku wieder voll ist. Wenn man damit zufrieden ist, dann kann ich mir natürlich das hier sparen, aber ich behaupte nein. Denn das macht ja gar keinen Sinn. Es muss ja die Größenordnung schon immer so ein bisschen mit angepasst werden. Dann haben wir hier ein Ladegerät für 230 Volt, wenn man an Landstrom ansteckt. Auch das finde ich gehört angepasst. Zu 80 Prozent verbauen wir aber ganz oft hier den Wechselrichter, sprich die Kombi. Dann kann ich mir das Ladegerät natürlich sparen, außer man macht ein Zusatzladegerät rein, damit es noch schneller geht. Und die Thematiken sollten schon immer angepasst werden, weil sonst macht Lithium auch nur halb so viel Spaß. Es gibt Firmen, die plätieren drauf, muss man nicht, kann man so machen, könnt ihr alle handeln, wie ihr wollt. Ich werde es immer so beraten, dass man es schon besser macht. Wenn man es nicht macht, ja, dann muss man aber auch mit den Konsequenzen dementsprechend leben. Kommen wir noch kurz zu den Preisgefügen. Jeder sagt, Lithium ist teuer. Naja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Spezifikation Nummer zwei eines Lithium-Akkus. Der Akku hält, wie viele Ladezyklen? Ungefähr im Mittelmaß 3000 Ladezyklen. Also ich behaupte, wir müssen uns alle ziemlich anstrengen, die 3000 Ladezyklen zu erfüllen. Das ist natürlich der Idealfall, wenn man mit dem Akku richtig umgeht. Wobei ich gerade schon erwähnt habe, das Battery-Management-System schont den Akku und schützt den Akku, sodass ich die 3000 Ladezyklen auch wirklich zur Verfügung habe. Also, der Akku, auch nur Faustregel, 100 Amperestunden, circa 1100 Euro. Eine AGM, eine AGM-Batterie, 350 Euro. Um die gleiche Kapazität von 100 Amperestunden zu erfüllen bei Lithium, brauche ich schon zwei AGM-Batterien. Also sind wir hier schon bei 700 Euro zu 1100 Euro. Jetzt nehmen wir aber die Ladezyklen noch ins Kalkül. 3000 Ladezyklen zu, bei AGM, circa 350 Ladezyklen. Eigentlich zehnmal so viel. So viel rechnen wir gar nicht. Wenn wir nur fünfmal so viel rechnen würden, haben wir schon einen wesentlich günstigeren Akku wie bei AGM. Weil ich kaufe hier immer zwei für 700 Euro und die muss ich fünfmal kaufen, bis der Akku tot ist. Also fünfmal 700 bin ich weit über die 1100 Euro von dem Akku. Das ist ein reines Rechensexempel. Sicherlich muss man im ersten Moment ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber in der Lebensdauer gewinne ich Geld und gewinne ich an Kosten. Also das ist definitiv ein relativ günstiger Akku für mein Dafürhalten, wenn ich auf Lithium umsteige. Weil er halt einfach ewig hält und mir ganz, ganz andere Möglichkeiten bietet wie ein AGM-Akku. Für mich eindeutig und eigentlich ganz klar, das ist die Batterie der Vergangenheit. Das war ein netter Versuch, hat aber nie sich wirklich durchsetzen können, weil die Gel-Akkus einfach schlichtweg zu teuer waren. Und das ist aktuell der Stand der Dinge und der Technik, wo ich persönlich finde, jedes Wohnmobil sollte damit ausgestattet sein, weil nur dann macht Camping richtig Spaß. Man möchte sorgenlos zwei, drei Tage autark stehen. Ich möchte meinen Föhn nutzen und doch mal meine Kapselmaschine anschmeißen. Und das kann ich eben in dem heutigen Zeitalter mit einer Lithium-Batterie perfekt. Und hier bei AGM scheiden sich die Geister. Funktioniert das Ganze nur bedingt? Ich werde jetzt wieder Kommentare kriegen, wie ich fahre schon seit zehn Jahren mit AGM und alles funktioniert. Ja, ich habe ja auch gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen und wenn man natürlich die Technik versteht und aufpasst, dass man das Ding nicht unter die 50% junter ruckelt, kann das Ganze natürlich ohne Probleme funktionieren. Und auch lange funktionieren. Ich habe auch Kunden, die fahren heute noch mit AGM und das schon seit mehreren und vielen Jahren. Jedoch haben diese Kunden keinen Wechselrichter, haben diesen Kunden keinen Thermomix, keinen Föhn und keine Kaffeekapselmaschine an Bord, sondern fahren Standard wie eben früher auch. Ja, ich hoffe, ihr habt die Thematik Lithium, AGM oder Gel so ein bisschen verstanden, worauf ich hinaus wollte. Für mich sind Lithium-Batterien ein wichtiges Thema im Wohnmobildasein, weil für mich ist das Ganze einfach zeitgemäß. AGM kann man tun, aber es wird auf lange oder kurze Frist hin immer schief gehen und wird immer eine kleine Problematik mit sich schmeißen, das leider Gottes nicht richtig funktioniert. Das ist so, man kann es nicht ändern. Die Zeit ist irgendwo vorbei. Wir haben viel Strombedarf in unseren Fahrzeugen. Ich habe noch viele Dinge gar nicht aufgezählt, wie Internetruder, der permanent läuft, Bussysteme, weil wir unsere Fahrzeuge über die Fernung überwachen wollen und so weiter und so fort. Und dafür brauchen wir Kapazität und Strom. Und deswegen ist schon der Lithium-Akku die bessere Wahl, aber auf Sicht auch die günstigere Wahl. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, was meine Motivation ist, natürlich auch weiterzumachen. Genauso über viele Erfahrungen von euch und Kommentare freue ich mich natürlich auch sehr. Und wenn ihr ganz verrückt seid, drückt ihr noch den Abo-Button, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Also, ich sage ganz lieben Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Micha, viele Grüße, ciao, ciao.